Der DKI Innovation Campus war eine inspirierende Veranstaltung, die Experten, Unternehmen und Interessierte aus verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik und Normung zusammengebracht hat. Das Hauptaugenmerk lag auf den Themen Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in der Energiewende. In den Diskussionen betonten hochgeschätzte Gäste die Dringlichkeit von Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene. Es wurde eine breite Palette von Lösungsansätzen diskutiert, einschließlich der Förderung nachhaltiger Alternativen und der Bereitstellung finanzieller Mittel. Die Sensibilisierung und Bildung der Bevölkerung über die Zusammenhänge von Klima- und Energieversorgung wurde als entscheidend genannt. Die Keynote-Vorträge boten einen Einblick in innovative Technologien und Lösungen. Professor Timo Leukefeld sprach über intelligente Energieverschwendung und neue Ansätze im Umgang mit Energie. Durch erfolgreiche Projekte wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Energieverschwendung vermieden und in Gewinn umgewandelt werden kann. Die Workshops deckten eine Vielzahl von Themen ab, darunter Batterietechnologie, Netzintegration von Energiespeichern, Wasserstoff als Energieträger, Industrie 4.0 und Smart Cities. In diesen interaktiven Diskussionsrunden hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, mit Experten zu diskutieren und ihr Wissen auszutauschen. Die Bedeutung von Normen und Standards für die Innovation und den technologischen Fortschritt wurde hervorgehoben. Die Zusammenarbeit und Entwicklung von gemeinsamen Normen wurde als entscheidend genannt, um eine nachhaltige und sichere Energiewende zu erreichen. Insgesamt war der DKE Innovation Campus ein erfolgreiches Event, das die Bedeutung von Innovation, Zusammenarbeit und Normung für die Energiewende und eine nachhaltige Zukunft betonte. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Experten einzubeziehen, neue Ideen kennenzulernen und die Grundlagen für weitere Fortschritte zu schaffen. Durch den breiten Austausch von Fachwissen und Perspektiven wurde ein wichtiger Beitrag zur Energiewende geleistet.